Blöde Schwein Blöde Schwein Blöde Schwein Blöde Schwein Was ist denn das? Ein paar Fehler? Ja. Ja, das ist jetzt dokumentiert auf diesem Video. Okay. Immer noch drei Sekunden Vorsprung in der Kerei, oder? Drei Sekunden Vorsprung und schauen Sie sich dann... Schauen, 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 schauen. Und Triple. Doppel, keine Triple. Doppel. Und jetzt... Das war ein Triple. Naja. Über den Table drüber. Jetzt kommt ein Triple. Und jetzt über den Triple und er fliegt wahrscheinlich auf die Schnauze. Ja, fast. Ach, du hast keine Ahnung, Alter. Langgezogene Gerade. Und jetzt Start- und Zieleinfahrt. Die letzten und... sind leider noch zwei Runden. Hämst du mit deinem Handy auch auf, oder? Ja, warum? Hast du ein Problem damit? Ja, ja. Ich nehm auch nachts deine Frau auf. Wollt weiter. Wollen Sie den Verursacher von diesem Video sehen? Da ist er. Schauen Sie sich dieses Gesicht an. Er erschreckt sogar kleine Kinder. Boah, weint mal. Nine o'clock. Nein, ich glaube, Indien eher die Kröller. Das konnte ich nicht ganz lesen. Und die Waschbrett-Sektion. Linke Seite. Rechte Seite. Off-Track. Beinahe ein Sturz. Wollte ich ja noch was sagen? Da ist ein scheiß Kommentator, Alter. Meinst du, du kannst es besser? Ja. Ja, das ist er. Final lap. Sauber. Stopp. Stopp. Zuschauer 16 Sekunden Vorsprung sehen. Oben links in der Ecke. Mach doch mal. Das kann man über die Kamera nicht erkennen. Scheiß Kamera. Meinst du, deine ist besser? Auf deiner Ecke machst du auch nicht. Ja, mach doch nichts. 17 Sekunden. Aber die Zahlen sind grünen. Bei dir waren so rot. Mein Lieber. Einfach aus dem Konzept gekommen. Tja, passiert. Tolle Scheiße. Darf einem Top-Fahrer nicht passieren. Schon wieder aus dem Konzept gekommen? Ja, in welchen Punkt. Ah, Mist. Tja, da lag eine Red Bull-Dose auf der Strecke. Kann schon mal passieren. Rockstar Makita do Huti. Monster Energy. Nein, eine Rockstar-Dose. Ja, die Dose. Du musst dir mal eins merken. Wenn du auf dem Doppel oder auf dem Tüppel zu fährst, du merkst schon, du bist so schnell. Dann musst du mal kurz vor dem Gas gehen und nicht ganzes für Gas gehen. Aha. Die Info sitzt für dich persönlich, du Stoffelkopf. Und wie empfinden sie das? Geil. Tört mich an. Besser als Sex, Alter. Und die Frau? Nee. Die schläft. Okay. Verdammt. Ah, jetzt haben wir diesen derben Unfall nicht mitbekommen. Und schon. Ja. Das war kein derbe Unfall, ein Idiot. Ja, nochmal. Eine Zeitlupe? Ja. 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 Ja.